Du wundervolle Seele! In diesem Video darfst Du Dich angesprochen fühlen, wenn Du merkst, dass Du bereits während der ersten Zeilen in Resonanz gehst. Fühle in Dich hinein und genieße den Inhalt. Du bist herzlich eingeladen, jene Teile dieser Botschaft mitzunehmen, die Dich in Deiner persönlichen Entwicklung unterstützen können. Gehe achtsam mit den hier geteilten Informationen um, denn die Reinheit Deines Geistes ist von großer Bedeutung. Um diesen Kanal zu unterstützen, lass gerne ein Abo da und kommentiere im besten Fall mit einem Herz. Lass uns nun mit den heutigen Energien beginnen. Du dürftest Dich aktuell in einer glücklichen Single-Energie bewegen und beschreitest schon seit längerem Deinen Weg alleine. Bewusst All-Eine. Und dennoch spürst Du, dass es nun wieder Zeit für eine Partnerschaft ist. Du befindest Dich aktuell in einer kraftvollen Energiefase und das bedeutet, dass Du in Deiner vollen Stärke bist. Du bist auf Erfolgskurs. Zudem steht Dir ein Neubeginn in der Liebe bevor. Nach einer langen Durststrecke in vielen Bereichen Deines irdischen Lebens ist es Dir nun bestimmt, in eine erfüllende Partnerschaft auf Augenhöhe einzutreten. Wenn Du ehrlich zu Dir selbst bist, wusstest Du instinktiv schon immer, dass Dir dieses Glück in diesem Leben noch zuteil werden würde. Die Zeit ist gekommen. Der Topf findet seinen passenden Deckel. Du stehst nun auf dem Siegertreppchen Deines Lebens. Du hast eine Meisterschaft vollendet. Alte, destruktive Strukturen hast Du transformiert. Und nun wird es Erfolg und Eroberung für Dich regnen. Du hast den ersten Platz auf dem Siegertreppchen erobert und deshalb wird nun ein herrschender König den Weg in Dein Leben finden, um Dich vollends zu erobern. Und Du wirst es zulassen. Es wird geschehen und nichts und niemand kann dies aufhalten. Es war schon vor Deiner Geburt der Plan des Universums und zudem die von Dir selbst auf Seelenebene inszenierte Show in diesem Leben. Bereite Dich vor, denn Dein König ist auf dem Weg. Öffne Dein Herz und empfange das Glück, das Dir bestimmt ist. Dieser Mensch, der wie für Dich gemacht wurde, wird Dir zusätzliche Kraft schenken. Du wirst Dich unglaublich wohl in seiner Nähe fühlen. Gemeinsam werdet Ihr Euch in Geborgenheit hüllen und diesen neuen göttlichen Zustand vollends auskosten und genießen. Ihr werdet eine komplett neue Ebene von Zärtlichkeit und Vertrauen betreten und Euch in der absoluten Faszination füreinander und für diese fein verwobene neue Liebesmatrix auf 5D fallen lassen. In dieser Beziehung werdet Ihr eine tiefe Verbundenheit erfahren, die jenseits des bisher Erlebten liegt. Eure Seelen werden miteinander tanzen und eine Symphonie der Liebe und Harmonie schaffen. Jeder Moment wird von einer tiefen spirituellen Resonanz erfüllt sein, die Euch auf eine höhere Ebene des Bewusstseins bringt. Ihr werdet in der Lage sein, einander auf eine Weise zu verstehen und zu unterstützen, die Euch beide stärkt und erhebt. Die Zärtlichkeit, die Ihr miteinander teilt, wird wie ein sanfter, heilender Balsam für Eure Seelen sein. Ihr werdet einander inspirieren, die besten Versionen Eurer Selbst zu werden und in der Gegenwart des Anderen zu wachsen und zu gedeihen. Diese Beziehung wird ein heiliges Geschenk des Universums sein, die logische Konsequenz Deines bisherigen Lebens. Ein Ausdruck der göttlichen Liebe, die in Euch beiden lebt und Euch verbindet. Es könnte sehr gut möglich sein, dass Du diese besondere Person bereits kennst und ihr schon leidenschaftliche Momente miteinander geteilt habt. Vielleicht spürst Du immer wieder im Traum, dass Dich jemand liebevoll umarmt und Dir seine tiefe Zuneigung offenbart, sich aber noch nicht zu erkennen gibt. Die Energie dieses Menschen könnte einen schüchternen Aspekt aufweisen, zumindest bis das Eis zwischen Euch gebrochen ist. Du bist für diesen Menschen die Verkörperung von Leidenschaft und trägst all die Elemente in Dir, die sich dieser Mensch ersehnt. Du stehst in seinen Augen auf absolut fruchtbarem Boden und er erkennt Dein volles Potenzial. Er wird Dir auf jeder Ebene spiegeln, wie wundervoll und einzigartig Du bist. Vielleicht hast Du Dich in der Vergangenheit neben anderen Partnern oft klein gemacht, um Dich anzupassen. Doch mit diesem Menschen wirst Du Dich groß und bedeutend fühlen, weil er die absolute Wahrheit über Dich reflektiert. In seinen Augen wirst Du erkennen, wie wertvoll und geliebt Du bist. In letzter Zeit hast Du viele einschränkende Dinge, die Dein Mindset belasteten, erfolgreich abgestreift. Diese unnötigen Werturteile und falschen Ansprüche versperrten Dir den Weg zur absoluten Liebeserfüllung. Du hast all das losgelassen und die Challenge, die Dir das Universum zugunsten Deines seelischen Wachstums zur Verfügung stellte, angenommen und verstanden. Es hat Klick gemacht und endlich weißt Du, worum es wirklich geht. Vielleicht musstest Du kürzlich noch einmal eine schmerzvolle Aufgabe bewältigen, die Dir aber bestimmt war. Denn durch diese Erfahrung konntest Du den letzten Ballast aus Deinem Energiefeld entfernen, indem Du ihn gesehen und durch das bloße Hinschauen in die Heilung gebracht hast. Du bist einfach so gut. Jetzt ziehst Du keine Fakes mehr an, sondern erkennst Deinen wahren Liebespartner, der wie für Dich gemalt wurde. Du bist bereit, die tiefe und authentische Liebe zu empfangen, die Du immer ersehnt hast, da Du sie nun selbst geben kannst. Diesen Menschen schickt Dir nun das Universum, um Dir Dein eigenes strahlendes Spiegelbild zu zeigen. Du bist wunderschön und nur noch das nimmst Du wahr. Selbst wenn dieser Mensch zum Beispiel weit von Dir entfernt lebt oder berufliche Herausforderungen Euch im Weg stehen, werdet Ihr all das mit Leichtigkeit bewältigen. Du darfst hier nur noch positiv denken und ins absolute Vertrauen gehen. Ihr beide werdet Eure angeborene Empathie gegenseitig verstärken. Eure Feinfühligkeit wird sich vervielfachen und gemeinsam werdet Ihr aus Negativem doppelt so viel Positivität zaubern können. Diese Eigenschaften werden sich immer weiter potenzieren. Nach den großen Hindernissen auf den Wegen Eurer Vergangenheit wird es nun einfach und leicht sein. Denn die herausforderndsten Zeiten liegen hinter Euch. Liebevolle Gesten werden Euren Alltag bestimmen und es wird so romantisch sein, wie Du es Dir immer gewünscht hast. Und wenn nicht, wird es trotzdem so und es wird toll. Es wird leicht und beschwingt und Eure Seelen werden miteinander tanzen. Bereite Dich auf eine Beziehung voller Harmonie und Glück vor, die Eure Herzen im Gleichklang schlagen lässt und Euch endlich den Seelenfrieden bescheren wird, den Ihr so lange gesucht habt. Ihr werdet einander in einer tiefen, spirituellen Verbindung finden, die all Eure Erwartungen übertreffen wird.